Sofortwählenaustellung betreffend benutzt bitte die Form E-Mail-Adresse Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ganz egal wo Sie uns gerade empfangen Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V. Sie hören unser wöchentliches T-Und per Webstream Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening This is Radio DARC with our weekly Technics Magazine on Shortwave, FM and per Webstream Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++ Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer Eine neue Ausgabe von Radio DARC ist da Heute zählen wir die laufende Nummer 335 Ich bin Cody Farren und werde Sie wie immer durch die kommende Sendestunde führen Es erwartet Sie eine Stunde mit viel interessanten Informationen aus der spannenden Welt der Funkamateure So beispielsweise, wie man die Entfernung zu kosmischen Objekten vermessen kann und zu weit entfernten Sternen Mit Methoden aus der Funktechnik nämlich Aber auch die Fans von guten alten Super-Oldies kommen bei uns auf ihre Kosten Zur Einstimmung erstmal etwas südstarken Rock Hier ist Kenny Wayne Shepard aus Schweeport, Louisiana Und es ist so, wie man die